ich kann das nicht so und das munitionsverhältnis die jetzt noch mal und praktisch hier lang ich will noch mal zu dem kollegen der vor der tür stand und könnten wir auch etwas drücken nur nicht mehr wie Madame Dürsten hingekommen oder hinkommen eigentlich hier hoch ne aber da kommen wir so nicht hin schade nochmal Waffen sieht echt cool aus die Knarre wieder so eine Mischung aus Mechanik und Organik hier dann nochmal hin ja hallo ach verdammt ok da kommen wir scheinbar nicht mehr hin schade na gut dann werden wir weiter gehen und es hat uns ja ein neuer Weg ein ich weiß immer noch nicht wo wir sind und eben die wir nicht brauchen können wir hier was machen nö wir haben auf jeden Fall die Erde im Visier was ist das was ist das what the fuck schau mal her und nimmst das Teil da wohl was 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 he uff 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 okay uff 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 Wir sind jetzt auf diesem Teil? Oh, ja, ist es. Was geht hier vor? Boah, hier geht's. Hier brauchen wir gar nicht. Was ist das? Schon ein bisschen ekelhaft. Okay. Mit kleiner Erklärung, wo wir es sind. Ach, komm, wie geht? Ich kann nicht wissen, was das ist. Sollte die uns ja an wort sind. Ah, komm! Gen! Gen! Scheiße. Entschuldigung. Ich wollte nur gucken, ob es geht. So, Leo. Okay, zum auf der anderen Seite von der Tür. Ja, jawoll. Nee, hör, zu mir. Gut. Wie? Guck mal ran hier. Jetzt los. Wie flüchten die hier? Sieht aus, als wäre es menschenähnlich, aber... Aber nur ein bisschen, ne? So, was war, Effer-Feuerzeug? Genau. Kollege? Alles gut bei dir? Nee, rauchen? Ich hab' ein Feuerzeug. Also, boah, Kipp und deinem Schlimmer hast, komm' ein rauchen. Oder nicht? Ja, ich komm' da wieder. Ich bin da wieder da. Ja. Ich muss nur kurz Gen suchen und dann... Ja? Okay. Und geht's weiter. Ähm... Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, haben wir die Menschen-Tötungsmaschine wieder eingeschalten. Ich will jetzt erstmal kurz warten mit Knopf drücken. Achso, erst noch aus. Okay. Vielleicht nicht drauf drücken. Wenn man immer mehr knopft drücken, stirbt jemand. Und... Ähm... What the fuck? Ähm... Okay. Jetzt sehen wir's richtig rum oder falsch rum. Falsch rum. Und von hier aus besser rausgucken. sind wir in so einer Art diesen großen Stern oh darf er nicht springen oder das gleich mitnehmen hier wenigstens was ist das war plötzlich wie gespeichert sehr schön da habe ich doch nicht bringen ich vergesse es jedes mal und wir haben daran gewöhnen wieder anspringen hallo du hast doch was fallen lassen Kollege anders jetzt ich habe mal wieder so den Felschenspuck okay das waren mal Menschen übel aber was müssen die hier machen den Kopf mehr aus dürfen wir nicht verdienen so ist verschlossen ich habe ja die belchen Maschine schon gefunden oder beziehungsweise den belchen Spuck ne wir gar nicht wissen was das ist was der ja so vor sich her schiebt auch dieser dezente Hinweis hier mit dem grünen Schleim am Boden damit nur ein ja drauf kommt was man hier zu tun hat oh hallo Kollege hey geht's dir gut Junge den Rauch im Fahrzeug kenn er der kippt ihm dabei ja auf jeden Fall geht ja auch gar nicht weit runter 2 Stunden geht doch was ach komm schon ich warte schon alles da drüben Übergangsrieten Übergangsrieten okay so ist scheinbar in so einer art raum in der neunischen kirche also wird es wahrscheinlich um irgendwelche aber und wenn ich es nicht welches sagen kann zum Glück er gibt es nicht Bruder kann man zumindest ganz nur sie Ich sehe dich sterben. Wo bin ich? Das ist die Land des Ihres Fathers, Tommy. Die Land des Angellens. Die Land des... All diese Cherokee-Krappe? Es ist ein Bunches superstitiones Bullshit. Ich glaube das nicht. Deine Bühne werden bald verändern. Wie bin ich hier? Dein Geist, Talon, hat dich hier gebracht. Talon? Mein Pett Hock? Er ist tot, seit ich ein Juni war. All deine Leben, du hast die Fähigkeiten von deinen Ancestern verletzt. Jetzt musst du deine Herzen, wenn du zu überleben kannst. Ich habe keine Zeit für das. Jen ist in Ordnung. Ich muss sie finden. Du musst lernen, die alten Medizin, Tommy. Das ist der einzige Weg. Lass mich dir zeigen. Lauf doch, du faules Sau! Ist mir egal, was er will. Was? Oder auch nicht. Na gut. Warte, ich dachte, ich könnte irgendetwas finden. Bist du? Hallo? Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Wir lassen euch machen. Dann sind alle знаю, vielleicht öblich. Sie sind egal. Man kann es nicht zu sehen. Ist das überhaupt kein Unterschied, wo wir lang gehen? Hier ist ein Bund. Ein Chameleon, der nicht gesehen bewegt ist, nicht visible. Okay, ich habe deinen kleinen Test gemacht. Ich schreibe mich zurück. Erstens, du musst du den Bogen bewerben. Du musst lernen, um zu kämpfen. Nicht ein Problem. Der Armee hat mich gelernt, um zu töten zu töten zu töten zu töten zu töten. Du hast du in den Krieg gegründet, mit den Krieg gegründeten zu töten zu töten zu töten zu töten. Jetzt ist es Zeit, um zu kämpfen zu töten 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 zu töten. Okay, mit deinem eigenen Waffen. Oh, schick. Okay, Kalan wird uns also eine Hilfe geben. Zweite Chance. Ich bin mal ganz kurz ruhig. Ich muss nur mal die Nase putzen. So. Ich habe gerade erst mal festgestellt, dass das Programm, dass man ein Mikroform muten soll, die ganze Zeit das falsche Mikroform mutet. Dann entschuldige ich mich mal im Nachhinein für alle komischen Geräusche, die hier... Hallo. Ich habe auch einen Sprecher mit dir gehört. Sie können sich nicht vor einem Garten zu löten. Wer hat das gesagt? Ich verstehe, bist du... Bedingbar. den sollen wir ja finden oder will uns jemand finden ob er einfach zack was ein mit ihr trotzdem schaden Baaaii gitt! Hä? Ach schon auf der anderen Seite? Jetzt rüber, ne. So! Ah, okay. Das ist auch ein Symbol am Boden. Ich glaube, das lag uns immer an. Was wir jetzt den Geist brauchen. Ja, mein Freund, da oben waren wir schon. Hä? Wie geht's? Erklär mal, was hier los ist, Junge! Äh, eins! Das I! Ah, okay, das gibt uns hier diese... ...undere. Hallo! Dachfelder kriegen. Aha! Das Ding macht die... im Weg! Hä? 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 Was? Was war das? Ich bin gerade ganz leicht schwer verwirrt. Du bist natürlich dort gelandet. Ja, lieber Vogel, ich, äh, 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 ä Das organische Bedrohung entdeckt, schwere Waffen autorisiert. Was sagt denn sowas? Komm ich jetzt darüber? Ah, ich würde mal E drücken. Na gut, na gut, na gut. So erstmal, wie man darüber kommt. Äh, ich steh konnte ein klein wenig auf dem Schlauch. Nein, natürlich nicht. Wie hab ich ausgewunden? Eigentlich ziemlich simpel. Ja, ich würde mal runter. So. Oh. 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 Doch einfach, Mensch! Hä? Hallo? Ah! Oh ja! Ah! What? Although your body is broken, Demasi, you're not yet defeated. You must restore your spirit and return to the land of the living. You must battle the dishonor dead. What? 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 Okay. Oh, what is this? Okay. Oh, no power, then. What? und so abgebilden auflösen Was bist du? Lässt du mich durch? Nein. Wie gespeichert. Hey, Kleiner. Ist sie gut? Nein. What the fuck? Oh my god. We're not here before your son return, human. Interesting. Schuss. 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 Vielen Dank.